Hallo und herzlich willkommen auf unserer Webseite. Ich freue mich sehr, Sie heute hier begrüßen zu dürfen und ich würde gerne eine kleine Einleitung dazu machen, wenn Sie sich für eine Ausbildung in der Andrea-Kutsch-Akademie interessieren. Es gibt immer gerne mal so ein paar Fragen, was bedeutet eigentlich pferdezentrisch, was bedeutet eigentlich wissenschaftlich basiert und das möchte ich ganz gerne kurz persönlich für Sie erläutern, da ich mich natürlich so sehr freue, dass Sie Interesse haben an unserem Programm und den Weg zu uns gefunden haben. Wir haben das Gehirn, die Instinkte und das Verhalten des Pferdes auf einer wissenschaftlichen Basis analysiert und das in Kooperationen mit Universitäten auf der ganzen Welt. Wir haben diese Erkenntnisse in einen sinnstiftenden Zusammenhang gebracht mit den klassischen und operanten Lerntheorien und zwar aus der Perspektive des Pferdes. Diese Trainingstechnik nennen wir Evidence-Based Equine Communication, Abkürzung EBC und sie ist erlernbar. Vor allen Dingen ist sie erlernbar, weil wir nicht diese Erkenntnisse uns einfach ausgedacht haben und etwas erfunden haben, sondern wir haben das Pferd angeschaut. Das bedeutet der Begriff, eine pferdezentrische Perspektive einzunehmen. Wir haben geschaut, wie das Pferd denkt, wie verarbeitet das Informationen, wie werden Informationen überhaupt im Gehirn zusammengeführt, was ist im Langzeitgedächtnis, was ist im Kurzzeitgedächtnis und wie muss ich dem Pferd, wenn ich es für irgendeine Disziplin nutzen möchte, eigentlich darauf vorbereiten und wie kann ich das so machen, dass das Pferd so schnell wie möglich versteht, was ich von ihm möchte und dabei möglichst viel Freude empfindet. All das können Sie in der Andrea Kutscher Akademie lernen. Wir haben Einstiegsveranstaltungen für Sie, aber wenn Sie sich dafür interessieren, professionell mit dieser Trainingstechnik umzugehen und eingebettet zu sein in eine große Gemeinschaft von tollen Pferdeleuten, die wissenschaftliche Gewissheit haben wollen darüber, was Sie mit Ihren Pferden machen, dann sind Sie bei uns im Lehrgang genau richtig und dann schauen Sie sich einfach mal auf den Button Lehrgang Grundkurs um. Das ist Ihr Einstieg und natürlich beantworten wir Ihnen gerne Fragen. Bitte einfach eine E-Mail schreiben an office-at-andrea-kutsch-akademie.com. Wir freuen uns auf Sie und ich würde mich persönlich natürlich ganz besonders freuen, Sie im Grundkurseinführungsblog bald kennenzulernen. Denn in den Lehrgängen unterrichte ich persönlich selber und ich freue mich wahnsinnig darauf, wenn wir zusammenfinden können. Vielen Dank, viel Spaß auf der Seite und bis bald. Tschüss!